Er fährt und fährt und fährt. Diese nicht enden wollende Eisenbahn ist der Super-Wazuki, Indiens längster Zug mit über dreieinhalb Kilometern Länge. Sechs Loks schieben knapp 300 Waggons über die Schienen. Eine Vorbeifahrt dauert ganze vier Minuten. Gefilmt wird eine Testfahrt des Megazugs zum 75. Unabhängigkeitstags Indiens. Der ultralange Zug befördert im Probebetrieb insgesamt 27.000 Tonnen Kohle. Das ist der größte Brennstofftransport, der jemals von der indischen Eisenbahn in einem einzigen Zug durchgeführt worden ist. Die indische Eisenbahn plant, den Superzug häufiger einzusetzen. So soll in der Hochsaison in den Kraftwerken ein Brennstoffmangel wie zuletzt vermieden werden. Den Menschen auf den Bahnsteigen bietet sich bei der Durchfahrt dafür ein spektakuläres und nicht enden wollendes Zugbild. Die indische Eisenbahn Die indische Eisenbahn